Mein Leben saust nach allen Seiten. Entwickeln sich denn alle Wesen in dieser Welt zu höheren Daseinsformen. Und nur ich und meinesgleichen bleiben davon ausgeschlossen. Ich bin das Mädchen. Die junge Frau. Lächeln, stillhalten, schweigen. Ich denke, es ist an der Zeit, meine Schwester zu verheiraten. Ich will schreien. Eines Vaterlands fresse, schreien und spucken. Ich sticke nicht mehr. Doch drückt die dumme Sau mir die Kehle zu und rauskommt nur ein Pieps. Piep. Das hat ja bestimmt den ganzen Tag vor dem Spiegel geübt. Das vorne? Hier wird endlich Ordnung einkehren. Soviel ist sicher. 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 Soviel ist sicher.